Verraten Sie mir was. Warum fällt es Ihnen so schwer, diesen Mann zu töten? Er kannte einfach jeden Schritt von mir, bevor ich ihn machte. Ich hatte ihn da, wo ich ihn wollte. Konnte er abdrücken. Und dann war er weg, wie ein Geist. Wer ist er? Ich denke, ich weiß, warum er so gut ist wie du. Er ist du. Vor 25 Jahren haben Sie dich aus mir geschaffen. Sie haben mich auserwählt, weil es niemanden wie mich gab. Wir müssen das sofort beenden. Du besitzt all seine Fähigkeiten, nur seinen Schmerz nicht. Sie haben einen Menschen aus einem anderen Menschen geschaffen. Dann habt ihr mich losgeschickt, um ihn zu töten. Ihr habt entschieden, mir das anzutun. Das, was dich quält, ist die Angst. Akzeptiere sie und überwinde sie. Von allen auf der Welt, die mich umbringen wollen, warum schickt er ausgerechnet dich? Die Menschen treffen sich nicht so 6-3-2 centre an. Die Menschen werden die Angst und es umbr describe sein! Untertitelung des ZDF, 2020